Passend zur Ankündigung der neuen Bachelor-Staffel zeigt sich, gute Zeiten, schlechte Zeiten, starr Jörn Schlünfugt mit einer roten Rose. Zum Wochenstart ließ RTL die Katze aus dem Sack, die 14. Staffel der Datingshow wird anders als die bisherigen. Denn in, die Bachelors, werden erstmals zwei Rosenkavaliere auf die Suche nach der großen Liebe gehen. Die Bachelors, Start- und Kandidatinnen. Fest steht bereits, dass die Liebesreise dieses Jahr in Deutschland starten wird. Außerdem hat RTL bereits bestätigt, dass insgesamt 22 Kandidatinnen mit von der Partie sind. Die Bachelors treffen eine Vorauswahl, bevor sie mit ihren Favoritinnen nach Sudafrika aufbrechen. Die ZuschauerInnen bekommen die doppelte Dosis Gefühle, Dating Spaß und Drama, verspricht RTL. Denn, es wird mehr gedartet, mehr geknutscht und mehr gekämpft als jemals zuvor. Die beiden Rosenkavaliere stehen unter Druck. Wer kommt bei den Ladies besser an? Kommt es zu einem hitzigen Konkurrenzkampf untereinander oder entsteht eine Brummens, in der sich die Männer gegenseitig Tipps geben? GZSZ-Star Jörn Schlöhnfugt zeigt sich mit Rose. Wer die beiden Männer sind, um die sich bei RTL demnächst alles drehen wird, will der Sender am Mittwoch, 6. Dezember verraten. Fast wie abgesprochen teilte der aus, gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, bekannte Schauspieler Jörn Schlöhnfugt gerade ein Poster, das ihn mit einer Rose in den Händen zeigt. Der erste Bachelor 2004, schreibt er in einer Story zu dem Bild, das bei seiner Großmutter aufgenommen wurde. Oma sei nämlich sein größter Fan, wie der Schauspieler auf Instagram berichtet. Zwar ist Jörn Schlöhnfugt gerade Solo, doch ob er für RTL in den »Die Bachelors« Ring steigen wird, darf bezweifelt werden. Wie er in Interviews zuletzt immer wieder betonte, sei er glücklicher Single. GZSZ Philipp schreibt Jessica eine Nachricht. In der Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, dagegen steht seine Rolle gerade Kurt vor einer Liebessensation. Denn Arzt Philipp, Höfer, hat gerade seinen Gefühlen nachgegeben, und Jessica, Nina Enzmann, im SUFF eine emotionale Nachricht geschrieben. Ob die beiden nun endlich zusammenkommen? Mehr lest ihr hier. Vielen Dank. Bitteствügen Sie mir. Geografische? Wenn Sie den auf einem Care encont. Alles ihr hier. Nicht courage. Vielen Dank.